wie viel hast du denn ich ich will monatlich investieren mit 200 weiß nicht kauf dir pokémon karten niveau würdest du so bitcoin mäßig empfehlen als für mich glücksspiel würde ich niemals machen was würdest du dann am besten in meiner stelle machen wo ich mein geld arbeiten lassen aus welcher stadt kommst du bad 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 komm ich hinter frankfurt das ist auf dem berg sind heim kennst du sind sein hast möge sohn der nie komme ich fragst mich in was du dein geld investieren soll genau kauft die spielzeuge ein bruder ich meine es ernst gemeint dann mache ich auch ernst nimmt eine frau kulte spielzeuge ich fragte ich ja wie kann ich mein geld arbeiten lassen du hast ja nicht mehr alle warum genau überweist mir das ich mache daraus viel geld oder du kennst mich doch du gehst du so offen sagt man hau den dick ab geht es geht auf psychotherapeuten mann komplett durch der typ komplett servus stellen eine frage für das oder mein zeit wird es ja fangen wir an wie baut man mehr fett raus mit dir so ein müll so dumm wie baut man fett abweißer noch so dumm man kann man so hallo kalt und stellen eine frage ja wieso ist du dein käse nicht so hallo kalt ja gut doch warum hast du sonnenbrille mann ist heute keine sonne da wo ich bin scheint immer die sonne stimmt nicht doch wo ist eine fitnessfrage brian der im reihenhaus lebt mutter kindergärtnerin vater arzt sick der geht machen geh raus man arbeitet im garten mann hau ab man ja und spiel mit einem mit einem pudel und spiel und spiel brian lammu leikum kojabi raus mit der mann hat dein mond mann drei niemals denkst du wirklich kommt noch mal hoch dauert du auch niemals vergisst es niemals kommst du durch du bist mein stalker gewesen ein jahr lang und denkst du ich mache mit der ein auf jetzt ist alles gut niemals hallo und so dankeschön jemand hat wieder einkauft ja so meine modis schmeißt alles raus schmeißt alles raus mir reichen 20 zuschauer schmeißt alles weg alles alles satzen müll ist jemand da so und muss ja mal hallo kümmert man nicht ganz ehrlich ans telefon aber ab man nimmt ein kreuz mit sektor wird wird die richtigen ton nicht angst haben ja so dankeschön Castle vielen vielen dank hallo coach ich habe eine frage raus mit dir wenn er noch nicht gestorben ist stottert er immer noch irgendein müll kommt er hat gestottert dann weil er einfach sich mut aufbauen wollte für den müll was er gerade gesagt wollte hast du eine fitnessfrage müssen entspannt diese belohung ist so heftig salam alaikum kalt mal kurz am ständigen für das fall coach du weißt ja ich bin ja ich habe auf instagram schieben aber hast mich geantwortet um 1 gestern wissen wir haben noch was irgendwie wie bitte also stellt noch mit auf hat ein fitness oder meinten fragen es geht alles klar eine scheiße stellte und fitness oder meinten fragen okay man die bei uns frauen fragen was ist der grüner oder schwarzer tee das aufgaben raus mit der langweilig also seit zwei jahren sage ich immer grüner tee er kommt hier rein